Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play oder Let's Fail in Counter-Strike CSGO mit dem Klaas. Hallo zusammen. Und mit dem Hängerboy, wir spielen, ihr seht ich bin schon gerankt, eher nicht. Wir spielen jetzt eine Runde Ranked, irgendeine Map ist mir egal, Spielentstellungen, wir haben hier Wettkampf auf alle Maps, die es gibt. Train wäre auch nicht schlecht, so, annehmen. Und ja, am Ende jeder, mal schauen, ob wir gewonnen oder verloren haben, mache ich noch eine Waffenkiste auf und ja, jeden Skin, den ich doppelt bekomme, bekommt der Sandro. Jippie! Jippie! So, und naja, mal schauen, wenn es so ein 180-Euro-Skin wird, wahrscheinlich habe ich wieder kein Glück, dann, na, mal gucken, ob es einer wird. Wahrscheinlich nicht. So, dann spielen wir jetzt eine Runde Wettkampf und wir werden so krass verkacken. Ich glaube es auch. Das glaubst du gar nicht. Ich habe übrigens, ähm, ich empfehle dir, mach Musik komplett aus, damit du Steps hörst, weil immer wenn die Bombe schon eine Minute, nur noch eine Minute läuft oder so, oder nur noch 30 Sekunden, dann kommt immer so Musik so, und dann hörst du nichts mehr in dem Spiel. Dann kann der Typ hinter dir herumhüpfen, wie mir kloppt er der Gegner und du hörst ihn einfach nicht. So war es bei mir immer. Ready. Ready. Und es nehmen wieder die Leute nicht an. Das ist natürlich sehr geil. Richtig geil. Na komm. Na, hoffentlich wird das was. Wenn nicht, schuldest du mir den Skin. What? Okay. Du wirst du downgelandigen. Das 2, das ist die beste Map für, naja. Ja, genau für die. Genau für das. Alles klar, das 2. Jetzt geht's los. So, jetzt eckt euch schon mal ein Trick. Oh mein Gott, der greift schon wieder Teammates an. Wo bist du denn? Der greift Teammates. Der greift ja Teammates an. Achso, das ist jetzt noch die Vorbereitung, sondern macht das keinen Damage. Weil schon, dass dann Team Damage an ist, ne? Blocken, man kann sich gegen sich blocken. Team Damage ist an. Und da steht schon die erste Able. Und ich hab sie. Hier, mich wegkrotzen wollte, der kleine Penner. Und noch eine Able, natürlich. Und noch einer. Jetzt haben wir schon, jetzt rulen wir schon der in Spawn. Oh shit, oh shit. Das wird nichts. Wir sind alle wieder Arvis am Anfang kaufen. LOL. Ist das einer bei uns am Spawn? Ne. So, ich hoffe, das Spiel ist laut genug. Okay, shit. Ich hab nur ein paar Weckungen mit einer Awe. Ist ja ganz der Coole, ey. Ja, mit einer Awe. Also, ehrlich gesagt, wenn du mit einer Awe gut umgehen kannst, dann kannst du sie dir kaufen, aber... Eigent Lich ist meine Lieblingssniper, die SSG. Muss man halt schön auf den Kopf zielen. Was ist die Noob Sniper? Was ist das? Die SSG, die Noob Sniper? Ich hoffe, mich zu ballern. Wo ist denn der hin? Da, da ist dieser. Ja, shit, hat er reingesprayt. Nein. Das war die Treffer, 72. Okay. Hätte ich nicht sprayen sollen. So, mal gucken. Was haben wir denn hier noch? Äh, Gewehr, ABB. Aber ich muss das Spiel noch einen Tick lauter stellen. Wart mal kurz. Das ist ziemlich heiß über mir. Ja, auf was hast denn du das gestellt? Ich hab auf 0,3 jetzt. Jetzt ist es schon relativ laut. Für mich. Hä? Von wo? Okay, das war ein Team. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Eko. Was? Eko? Nee, du kannst dir schon eine Pistole am Anfang kaufen. Ich hol mir meistens die... Entweder eine Diegel oder die Duel Barretts. Mal gucken. Und geh mal hin? Nee, ich geb B. Ich geb mit B. Machst du mit B? Ja, die erste Runde machen sie alle B-Rush. Die verkackten Terroristen. Deswegen stell ich mich immer hier so hin. Blup. Und blup. Ein bisschen strafen. Oh, anscheinend wird's A. A lang. Wir gehen über A kurz. Wir gehen über Mitte. Das ist zwar gesmoked, aber da ist wahrscheinlich keiner. Nein. Ja, A lang. Das weiß ich auch schon. So, den hab ich. Den hab ich aber nicht ge... Gut. Ah, ich tue nichts mehr. Links, 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 ein Fass. Blaues Fass. Ja. Blaues Fass. Bäm, weg die Sorge. Also, dass die A lang am Anfang machen, das ist mir neu. So, was ich jetzt gerne mal mach. Ich komm mir jetzt schon meistens mit Bison, weil die was kann und geh wieder auf B. Ja, die werden wieder A kommen wahrscheinlich. Ja, dann geh du mal A. Aber jetzt kommen sie wahrscheinlich B, weil sie uns verwirren wollen. Verwirren. Ah, ich schau auch kurz. Und mit der Bison stellt man sich meistens immer hier so hin. Ah, lang ist es wieder. Da ist wieder einer gestorben. Haltet sie mal hin, haltet sie mal hin. Wieso stirbt ihr so schnell? Oh mein Gott. Was soll ich denn jetzt machen? Wie die euch gemacht haben. Willkommen wieder A lang, Alter. Eine schon blenden, einer war akurt. Den machen wir mal schnell weg. Wer hat der jetzt? Außen. Drei Treffer, 44, weißt du. Und er, 408. Schön. Hol dir mal ne Waffe, hol dir mal ne Waffe. Die sind unten. Der ist verwirrt, der Typ. Lande, Tür Halli. Du machst das. Du hast meine Waffe aufgenommen. Der hat sich selber. Und er hat sich selber geflasht. Der hat sich selber geflasht. Kann man mal machen. So, ich geh jetzt erlangen mit euch, ihr Lutscher. Ich geh jetzt mal A, ihr Lutscher. Und zeig euch mal, wie man das macht. Wahrscheinlich haben die jetzt schon Sniper und so'n Scheiß. Ich schau' A kurz. Die kommen A kurz. Oder? Ja. Oh shit. Shit, 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 shit. Ich muss nachladen. Ich muss... Wir kommen von hinten, A kurz. Stippt rein dich, meine Fresse. Ich muss runter. Okay. Wieso kommt keiner A kurz? Ich hab jetzt dreimal A kurz gesagt. Ja, jetzt kommen sie von hinten und räumen auf. Oder auch nicht. Ähm, nicht sprayen. Hinter dir ist noch einer. Mach den zuerst, ja. Das ist ein Freund. Ja, ja, da war einer. Was schießt du hinten? Der ist über A lang gegangen. Ich hab doch seine Steps gehört. Der ist nach links zu A lang. Ja, lass ihn doch kommen. Ja, du wartest da an der Ecke und dein Kollege war da auf der anderen Seite. Ich hab doch gesagt, da kommt A lang. So, jetzt bleibt er stehen. Wo liegt die Bombe? Die liegt da oben. Ja, deckst du so, ja. Nein, da ist er doch schon. Sein Köppchen. Das war lang. Gesprungen. Nein, also springen sollte man eigentlich nicht machen. Springen ist so, oder geht dein Visier sonst... Gut, ich hab voll rum genug. Ich geh wieder A kurz. Die werden jetzt wahrscheinlich B oder A lang wieder versuchen. Oder B mal. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich B oder A lang versuchen. Ich frag mich, wie mein Team so schnell vorne auf B verrecken... ...der er auf A lang verrecken kann. Grenade out. Grenade. Okay, B. In der Mitte schießt noch einer. Ich würd sagen, die sind B, oder? Hört die Steps vor euch. A lang sehe ich nichts. Ja, da sind sie B. Bleib trotzdem hier in der Mitte. Geh mal, du B. Ich bleib hier. Spring durch, spring durch. Nicht gucken. Da kommt was von A kurz geflogen. Ja, warte. Die wollen B, ja. Ich komm hier. Wie kommen wir denn schreiben? Oh, shit. U für Team, Y für alle. Schön, schön, schön. Ist der tot, mein Kollege? Ja. Hm. Wunderbar. Ich hab reingehalten wie der letzte Mongo, aber leider auf die Beine gezielt. Ja, ist gerade nicht so ruhmreich. Die werden jetzt wahrscheinlich nochmal ein B versuchen. Kutula, ey, was labert der? Unser Team ist nicht gut. Sandro, du performst nicht so gut. Die sind jetzt alle B rennen. Ja, ja. Einer ist A, ist nicht so gut. Hier ist keiner. Kommt jetzt alle wieder A. Oder? Ja. Ist ja alle draufgehend. Oben auch schon. Musik, Alter, da ist eine Awe unten. Oh, okay. Die hab ich nicht gesehen. Was labert der? A lang ist eine Awe. Da brauchst du gar nicht hingehen. Der kämpft mit einer... Dieser Typ, dieser langen... Alter, der hat den mit der... Okay. Da ist eine Awe die ganze Zeit schon. Und der rennt da durch. Cool. YOLO. Also, ich kann sagen, wo einer ist. Das ist die Awe auf A lang. Das ist die letzte schon. Ja. Und die Bombe liegt auf A. Deswegen solltest du die Bombe decken und nicht irgendwo rumrennen. Wo rennst du hin? Deck auch kurz. Ja, der kann dich von... Wenn du so deckst, kann er dich trotzdem umrennen, wenn er hinten über Spawn rennt. Und da kommt er. Hast du ihn nicht gehört? Oder hast du ihn gehört? Ich hab ihn gehört. Gut. Ich wollte es dir nur gesagt haben. So Monstern. Ich bin gerade nicht so gut. Ja, ohne Kevlar und Helm, da halte ich sowieso nicht lang aus. So, blend. Ich hab schon gedacht, dass er hinten rumkommt. Ja, und ich geh jetzt mal gleich A lang. Und zwar an die ins Loch runter. Falls hier einer kommt, dann mach ich den weg. Die Bombe... Ja. Weißt, und jetzt, wo ich... Wo rennt denn unser Teammate dahin? Der war mitten im B. Oh mein Gott. Akkurz ist einer. Ja, kann einer Akkurz decken? Bist du Akkurz? Du bist grün, ja. Geh da nicht vor. Und der nächste geht drauf. Alter. Die Echo? Keine Ahnung, was sie haben. Bestimmt nicht. Er ist gesmoked in der Mitte. Klasse. Schön, wo war denn der? Wir müssen jetzt mal dahin, ne? What? Was soll denn da mit der ist da? Vielleicht kommt er wieder? Ach, der ist tot. Den hab ich gemacht. Cool. So. Geh, 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 geh. Such dir mal ne Deckung, Beppel. Geh da alles rum. Ne, ne, AK würde ich jetzt nicht holen. So, Kevlar-Helm, Entschärfungskit und... Ich geh wieder kurz. Brand. Ich geh A lang. Läuft! 3-3 steht's. Langsam geht's. Let's go, Beepil. Es geht nur einer B. Alles klar. Still dieser Lanna Tüli, der da vorrennt. Der macht's ja eigentlich richtig. Aber er killt da nie ein. Der macht's falsch. Akurz, akurz. Akurz, okay, warte. Akurz, akurz. Ich schmeiß ne Brand hoch. Damit sie nicht waschen können. Ich hab hinten geflasht. Noch. So, ganz ruhig jetzt. Alter! Zwei Treffer 139. 135. Alter. Wo steht denn der rum? Ben Afka, ja. Hm. Mit deinem 3-6. Wer ist der Afka? Der eine Typ da. Das ist der komische Türke. Der bringt sich jetzt selber um. Was sind's? Was für Leute spielen wir denn hier gerade? What the fuck? Mongos halt. Sobald man nur ein paar Runden verliert. Ich hab schon Spiele gesehen. Da war ich aber, Gott sei Dank, im guten Team. Pass auf, jetzt schießen sie gleich über den Haufen, weil sie so frustriert sind. Ich hab' nicht Angst, ich hab' nicht versprochen. Let's go. Ja, lasst euch alle wegpicken, ihr Muschis. Meine Fresse, dieser Musstu, der einer uns sagt, der geht afk. Oh, schaut mit. Die kommen wahrscheinlich alle B. Immer da, wo ich nicht bin. Aber ich muss diesen. Alter, da hat er den H1-Karl weggemacht. Jetzt ist B wieder um. Gesundheit! Danke. War doch so klar, ey. Ist oben rechts einer? Oben links ist einer. Ich schau' oben rechts. Oben links ist einer. Warte. Du schaust oben rechts. Warte, da hinter den Kisten ist irgendwo einer. Oben rechts. Schön. Blatt nach. Sind noch zu zweit. Ich geh rein. Hinten rechts in der Ecke ist die Kackabe wieder. Und beim Auto wahrscheinlich. Hinten rechts ist die Aabe. Schaffst du nicht mehr. Aber du hast alle gemacht. Dreh dich zur Bombe, dreh dich zur Bombe. Das ist ein Trick, wenn man sich zur Bombe dreht, dann bekommt man weniger Damage. Aha. Okay. Willst du wissen, ne? Bisonzeit. Ja, wenn du alle weggemacht. Ja, unser Team schafft nichts. Mit 5-7 bin ich gerade da, alles klar. Ich bin von 1-3 auf 7-4 hoch, ne? Ja. Let's go. Ich hab halt keine Ahnung, wo die hingehen. Und unser Team performt. Ja, lass mich wegpicken. Ich geh jetzt mal kurz. Ich schau erst mal, wo die alle sind. Der auf A lang verpisst sich wieder. Wieso? Es sind noch 2 auf B. A lang ist clear. 4 Schritte bei mir. Ja, dann kommen sie bei dir wieder. Geh zurück jetzt. Es ist bloß einer. Nö, wenn da einer kommt, dann kommen gleich alle. Für mich ist die Bombe. Wo ist die Bombe? Bitte. Mehr Schritte. Also noch mehr. Danke. 1 oder 2 noch. Unten, unten, unten. Unten, ja. A lang. Pass auf, was bitte. Ja. Direkt unter uns ist einer. Ich schau mal kurz. Einer ist noch. Ah, Bombe, Bombe, Bomben, Sport. Ah, direkt. Warte. Ich hab auch noch geflasht, ne? Ich bin geflasht. Wo ist der? Wo ist der hinter dem? Ah, da. Bei dem Bombe schon. Hitsch up, bitch. Perfekt. So. Jetzt holen wir uns mal die AK von dem. So. Landgranate und Brand. Ja, Brand. So. Oh ja, Brandgranate. Kaufen auch mal. Ja, damit sie nicht pushen können. Die ist wichtig. Ja. So, ich schau jetzt erstmal wieder, wo sie kommen und dann verschiebe ich da hin. Deploying Decoy. Der in der Mitte dieser lila Typ, der lässt sich immer wegpicken. Ja, du hast mir den Arsch grettet eigentlich. Warum? Da, wo da eine vorne auf A kurz gepusht hat. B. Alle B. Okay. So, diese kleine Awe dahinten, die hole ich erstmal raus. Ja, Brand. Da mache ich dann den Smokin. Aber... In der Bombe irgendwo. Ganz hinter dem Eck ist da meistens einer. Mit defusen. Sind schon alle tot. Okay, cool. Habe ich gar nicht missbekommen, wie schnell waren die down. Alle am Leben. Ne, einer ist gestorben. Der Musto, der Typ. Der kann nix. Ja, okay. Also wieder Brand, Blend, auch Hochexplosiv. Alles dabei. Jo. Alter, ich perform gerade wie so eine alte Oma. Ist nur die Aufnahme, ne? Nur die Aufnahme. Ja, ich carry. Ja. Ich habe nämlich einen MVP-Stern. So. Jetzt probieren sie bestimmt nochmal A lang. Kann ich mir vorstellen? Oder A kurz. Oder A kurz. Sie haben die Rauchgranate gekauft. Scheiße. Fuck. Was denn? Mit Rauch kannst du auch aufhalten. Ja, ich wollte aber ne Brand haben. So, wo ballern sie rum? Mitte war was aber. Das war ne Decoy. A lang. Schaut keiner mehr. Ich schon mal A lang. Mitte. Mitte sind. Ah, der hat mal einen weggepickt. Boah. Huh. Applaus. Die kommen wahrscheinlich dann überall kurz, wenn da schon alle auf der Mitte rumgurken. Ah. A lang. Ah, ist einer da. Ja. Alter, links. Das hast du ein bisschen spät gesagt. Der ist genau hinter den Kisten jetzt. Ich meine, ist da ne Granate hin. Du hast da ne Granate. Ach. Aua. Keine Flasch. Okay. Der ist genau hinter den Kisten. Okay. Das hat sein Team mitgetroffen. Sorry. Die war schon raus. Ja. Ich wusste es. So, ähm. Ne AUG wäre mal auch nicht schlecht. Die ist aber ein bisschen teuer. Ne. Ich hab die ganze Idee. Ah, okay. So. Ich geh B. Wo bist du? Ah, kurz. Okay. Immer. Ja, ich schau mal B. B, A, B, B, B. Alle? Ne, bis jetzt nur einer. Wo schmeißt du die Granate hin? Das gibt's doch nicht. Ne, ich glaub die haben verschoben. Ich schau in Mitte. Ne, da kommen doch jetzt welche. Ich schau trotzdem in Mitte. Mädels, die kommen grad. Die sind in den B-Tunnel. Da ist auch die Bombe. Du kannst die her verschieben. Die verschieben. Ah, sie verschieben grad. Richtung A kurz. Wern mal A kurz. Jetzt kommen sie. Bei B. Bei B hinten kommst du ja. Mitte war grad einer. Wo ist denn die Bombe? Liegt denn in der Mitte? Liegt in der Mitte, ja. Ja, genau. Kommt die Flash schon. Dann schau ich genau rein, ey. In dem Moment. Na, kommt schon. Traut euch. Traut euch. So, unser SSG-Typ macht das da hoffentlich schon. Ich schau jetzt in Mitte. Zu euch. Eine sind B im Tunnel dran. Ja, okay. Die sind da alle drin. Ich geh mal auf die andere Seite, wenn ihr da schon schön abdeckt. So, damit ihr jetzt hier nicht pushen könnt. Dann in den Sanduary hin. Haben die bei euch? Ja. Gut. Arbeit. Haben wir gut abgeschnitten. Die hätten noch hinten rausgehen können und dann über A lang kommen können, wenn sie klug gewesen wären. Da hab ich gedeckt. Achso, da hast du gedeckt. Okay, gut. Dann waren sie nicht so klug. So, Brandgranate. Ich. Die haben jetzt auf B versucht und versagt. Das heißt, wir können jetzt über A kurz versuchen oder A. Ich komm zu dir. Jo. Wir machen Schlangen mal bei A. Ja. A lang haben sie lang nicht mehr probiert. Ich geh mal A lang direkt. Du schaust A kurz. Also A kurz kann ich laupt hier mal abdecken. Ach, jetzt pickt er auf einmal. A lang, A lang, A lang, Step. Wow, endlich mal ein Headshot. Bombe liegt hier, hinter dem blauen Container. Gut. Ich schau weiter, A kurz. Bombe A lang. Einer hat das Spiel verlassen. Einer hat das Spiel verlassen. Einer hat das Spiel verlassen. Oh Mann. Ja, ein Gegner. Bin mega geflasht. Dann kommt der Rest über A kurz. Zwei noch. Ja, der schaut in deine Richtung. Ja, aber wir sind mit B kurz. Ich hab ihn aber betroffen. Er hat nie mal viel. Riss die Granate, Penner. Danke. Flashbang. Schön. Letz... Letzter bei euch. War so klar, warte. Komm schon, zeig dich, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Warte auf die Kiste, du hast. Natürlich. Wallahat muskilim. Was labert ihr? Wallahisikesem. Ja, ähm, du, ja. Da stimme ich dir zu. Was denn? Was die da reden, unten im Chat, siehst du es? Tüm, der Gemi, konzentrimi. Please, English. Jetzt haben sie A lang verkackt, jetzt haben sie A kurz verkackt. Okay, A lang haben sie nicht ganz verkackt. Die haben schon einen Bot mit drin. Den pickt der weg die ganze Zeit. Ja, deswegen hat er auch so viele Kills. So, ich komme mal zu dir auf A kurz. Die probieren wahrscheinlich noch mal B. Ja. Das ist so verrückt. Ja, ja. Mitte, 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 ja. Tunnel war einer. Wo? Rechts oder links? Der ist ein Tuch gelaufen. Okay, gut, dann, äh, ich gehe B. Mit dem Kollegen. Ich schaue auf den Tunnel weiter. Ja, ja, schau du auf den Tunnel. Aber die werden da wahrscheinlich schon auf B planten. Nee, die Bombe liegt ja noch in der Mitte. Ach so, da ist unser Kollege noch. Okay, gut. Bombe liegt hier. Einer lebt noch, ich schau Mitte. Eigentlich ist das alles abgedeckt. Der könnte noch irgendwo hinter zum T-Spawn gerannt sein. Wow. Wo war der? Alter Vater. Hab ich mich erschrocken, ich weiß nicht, woher. Ich kann dir nur vorstellen, irgendwo, 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 irgendwo hier. In dem Tunnel? Rechts, rechts, schritte. Ich hab ihn gehört. Er ist links, die Treppe hoch. Wow, ich dachte schon, da links ist er. Counter-Terrorist winnt. Voll die Paras, ey. Huuu. So. Ist er wieder reingekommen? Der Gegner? Ja. Okay, dann hat er bloß ein Disco. Gut. 9-5. Das ist die letzte Runde, ne? Full Buyout. Ich würde sagen wir machen danach B und dann sofort, also wenn wir Terroristen sind aber sofort B-Rush Oder A kurz A kurz ist Gut, den haben wir Den haben wir auch Einer noch Jetzt können wir YOLO Modus reinmachen oder? Da rennt er mit denn Ja Dann macht ihr ihn weg und ich kriege den kill Oh, den wollte ich gerade machen Verdammt, ich habe gewartet bis er umfällt, mein Kollege, der ist umgefallen Und dann bin ich um die Ecke gekommen Dann warst du schon da, du Penner So So, jetzt noch 5 Runden, dann haben wir schon mal unentschieden So, B, ich würde sagen B Dann nehme ich die Dual Barrettas und dann gehe ich YOLO Modus voraus B B, 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 B All B So, ich habe die Dual Barrettas, ich kann einfach reinrotzen Ich mache Fleischschild, ja Ich finde die gar nicht so gut Ja, aber trotzdem, den kann man, den muss man nicht so schnell nachladen So, du überratterst und Da ist keiner Frei Einer ist oben am Ich schaue doch oben Die sind noch hinten am CT Spawn Die sind noch hinten am CT Spawn Ja, unten Mitte Einer kommt über Tunnel Wie macht ihr? Mitte unten Kommt der? Ja, Alter Okay, zwei noch Mitte Verdammt Einer ist am Tor Einer steht am Tor Am Tor zur Mitte Tor Mitte Auf dir Einer über Tunnel 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 Good Job Huh Get ready, it is going to your own Huh Same Ähm, MP MP P90 Bison Äh, nicht P90 Bison So, ich hole Ne Blend Muss reichen Oh, ich habe Disconnect Warte mal kurz auf mich Geht schon los Ich höre dich gerade nicht Das passiert ab und zu Ja Okay, ja Ich bin ge... Okay, gut, ich habe alles Das ist ab und zu, da habe ich so fünf Sekunden kein Internet mehr What the fuck Wo sind die hin? Let's go, let's go Da war, da war schon einer auf B Einer ist schon auf B Ja, ich sehe es, warte Flashbank YOLO Der ist direkt in der... Den habe ich Den habe ich auch Oh, das ist ein Freund, okay Ich habe fast auf meinen Kumpel geballert Ich schaue auch nach oben 10 HP, okay Der ist weg Der ist weg Oh, so Ich bin halt richtig bunny gehabt Ey, richtig geil auf den Zuzo Huhu Huhu Okay, nächster So, Pfeffler heilen wir nicht schlecht So, und ne... Blendgranate Und rauch So, A-Short Ah, ja So, noch drei Wunden Aber über... They shall regret this day Einer muss gehen Okay Smoke Smoke da schonmal hin Ja, ist einer Mal weggerotzt Warte mal auf dein Team Ja, okay, ich warte auf mein Team Geht mal einer vor, der in den Fernkampfverfahrt Der ist hinten... Hinten den Bomben spotting Ich schaue CT spawnen Ab ihn Einer ist Alang 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 ist unser Gut Ich werde die Bombe Stop Perfekt Ich sagte auch, mit der Bison kannst du einfach reinrennen Du kannst sogar rennen mit dir und Headshots schaffen Das schaffe ich nur mit der Waffe Wer die will die Bombe So, Molotow und rauch Äh, ich würd sagen B Jo Und dann machen wir Alang Jo Wir werden den Tag regeln Irgendjemand muss ansagen, sonst rennen sie alle rum wie die Kaninchen So warte, Blendgranate Einer pickt vorne Flashbang Umdrehen Und rein Wieder schon B ist safe B ist safe Einer ist CT spawnen Einer kommt vom CT Ich schau oben Ich schau Loch Achso, wir wollen es Sorry Ja genau, ich schau ob von hinten einer kommt Warte, ich mach dann den Molotow hin So Kann da keiner mehr kommen Ich glaub Mitte Der wird über B kommen Okay Noch einer, noch einer, noch einer Noch einer bei mir Habe ich Hier Ja Du machst das Ich liebe die Bison Ich stell mich immer hier hin und Irgendwo hin So Jetzt gehen wir mal auf AK oder? Ne ich hab grad so viel Glück mit der Bison A long Ja ok Warte Granaten bräuchte man noch ne Blend So Ich kauf aber noch ne AK oder so Ja ne AK SSP 25 Ne AK Ich hab ja das Money ne Da Money Hey ich hab 4 MVP Sterne Ich hatte ähm in der So YOLO Oh shit Ich hab den nicht einmal getroffen So Ich smoke Unten Oben Fläschig Oben fläschig Oben fläschig Nicht hinschauen Jetzt Der ist oben Der ist oben Der ist oben Ich hab ihn Ich hab ihn Ich schau aber kurz Einer muss unten gucken Du kannst blenden Blende du Ok ok Ich hab die Bombe Warte ich blend so dass wir nicht defusion können Oh shit Oh shit Wo war der? Wo war der? Ich hab den von unten irgendwo Auf den Küsten Macht der mich noch? Ähm Nicht abfacken hier Einer A long A long A long A long A long Nein Ist das nicht eins? Ne Einen haben wir noch Ne haben wir nicht Verdammt A lang ist doch nicht so ne gute Idee Da können sie zu oft picken Zu lang Ich würd sagen wir machen A kurz Oder B Combo B wieder Oder wir täuschen B an Oder wir täuschen A an Und gehen B Ich würd sagen wir gehen B B Ja Wir sind so verwirrt was wir machen sollen Wir sind so verwirrt was wir machen sollen Schön Schön gepickt So die Flash kommt raus Flash ist raus Rechts in der Ecke ist einer wieder Ich schau auf das Port oben oben um Loch Loch Tür Tür Der hat eine AWP Der kann nix Okay hab ihn Loch oben Das soll die Bombe blenden Mitte ist frei Mitte ist clear Mitte ist clear Mitte ist clear Ist noch rein Okay Wow Unentschieden haben wir schon mal Wow So A schmuck Mal kurz Ja So So Können einer D-Core auf B schmeißen Die Bombe geht aber B Was macht der? Ja der will einen picken Oh shit da ist einer Jetzt hab ich falsch gesmoked Da ist nämlich einer über die Mitte gerannt Bombe liegt auf B Mitte Müssen wir leider holen Aber Alter das sind drei Leute Noch zwei Zwei Leute noch Zwei Leute Und zwar stehen die genau auf der Bombe Wenn du jetzt hoch kommst direkt rechts Vorne rechts Da ist er Nicht bewegen und schießen Du musst stehen bleiben und schießen Aber wart bis er einen Schuss gesetzt hat Wer hat einen Sniper Okay schön So kannst du auch weg gelocken Jetzt geh rein Dein Kollege kommt Okay gut Sehr schön So Oh Aber ich hab vier MVP Sterne Das ist natürlich 20 11 und 20 7 Kann sich sehen lassen Du bist unranked Alles klar Bis erster Oh Botvaldo ist letzter Mensch Waldo So und jetzt machen wir noch eine Chromakiste auf Muss ich jetzt auf Escape und noch verlassen gehen oder? Nein 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 ich warte es noch So So jetzt gehen wir auf Inventor Gehen auf den Schlüssel Behältnis öffnen Gehen auf die Chromakiste Und Schlüssel benutzen So mal gucken was rauskommt Willst du das nicht eigentlich kommen? 10 Spiele 10 Spiele Oh shit Schade Du hast 10 Spiele gewonnen In den Placement Dingen Ja man muss 10 Spiele gewinnen So ich hab ne MP9 Star Trek Wow Super Toll Gibt sie mir an Aber ich will mit der gar nicht So Ja Ich hab's Doch ich hab's wieder reingetan So Knapp an dem lilanen Gegenstand vorbei War so klar Ja Ja wir bedanken uns fürs Zuschauen Hoffen du schaltest auch in der nächsten Folge wieder ein Wenn's wieder heißt Let's Play CSGO Ranked mit Le Klaas Und Le Hanger Boy Genau Ciao Leute Jawohl Wow J arbeiten Die Schmerz B propen Deine L sch Tek die Changes Bis zum nächsten Mal.